Was ist die Botschaft der Vereinigten Staaten? Wir handeln nicht in unserem Namen. In unserem Namen darf kein Krieg geführt werden. Es ist noch nicht lange her, da hat Sarkozy mit großem Aufwand Gaddafi empfangen. Er hat ihn so behandelt, dass selbst Zeitungen in Frankreich schrieben, warum muss Sarkozy Gaddafi so hofieren. Und nun diese Kehrtwende. Hat das etwas mit den Menschen in Libyen zu tun? Ich sage ausdrücklich nein. Sarkozy will im Inneren Punkte machen. Er meint, dass er durch ein martialisches Auftreten den Rechten in seinem Land das Wasser abgraben kann. Aber das ist ein Krieg, der wird auf dem Rücken der Menschen in Libyen geführt, um Sarkozy wieder bessere Umfragewerte zu geben. So etwas darf man nie zulassen, meine Damen und Herren. Das war richtig, dass sie nicht zugestimmt hat. Aber jetzt muss der nächste Schritt kommen. Und der nächste Schritt muss sein, dass Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, sich sofort an Präsident Obama wendet und sagt, tu alles, damit dieser Krieg beendet wird. Stopp die Bombardierung. Und sie muss ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale werfen, um die Verbündeten, über die ja so viel gesprochen wird, aufzufordern und zu überzeugen, diese Bombardierung zu beenden. Das ist die einzige Lösung. Aber ich denke, wir müssen die Position der Bundesregierung etwas genauer ansehen. Erinnern wir uns an den Irakkrieg. Gerhard Schröder ging über alle Straßen und Plätzen dieser Republik und erklärte, er würde sich nicht beteiligen. Und nach und nach ist herausgekommen, dass sich auch damals die Bundesrepublik indirekt beteiligt hat. Es wurde erlaubt, dass Maschinen abflogen über Deutschland und vor allen Dingen haben auch die deutschen Geheimdienste wichtige Informationen zur Verfügung gestellt. Und sie haben Positionen beschrieben, wo bombardiert werden konnte im Irak. Und diese Art der öffentlichen Neinsagung, aber Mitbeteiligung, die dürfen wir nicht hinnehmen. Da müssen wir aufklären und uns dem entgegenstellen. Und das ist auch unsere Aufgabe als Partei Die Linke und diese Aufgabe stellen wir uns, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass Probleme überall in der Welt mit friedlichen Mitteln gelöst werden. Mit Krieg ist niemals ein einziges Problem gelöst worden. Und die Bilder, die Sie jetzt sehen im Fernsehen, die sind ja sehr unterschiedlich. Und da gilt wieder die alte Wahrheit. Die Wahrheit stirbt zuerst im Krieg. Wenn Sie sehen, wie junge Männer jubeln, weil Kriegseinsätze beschlossen wurden, fragen Sie sich doch, warum sehen Sie nicht die Menschen, die bombardiert wurden, die verwundet wurden, die gestorben sind. Diese Bilder sehen wir in den Fernsehmedien nicht. Und ich glaube, wir müssen immer, wenn wir Männer sehen, die jubeln, weil bombardiert werden soll, fragen, wo sind die anderen Bilder. Die anderen Bilder zeigt man uns nicht und wir müssen uns fragen, warum. Wir wollen keinen zweiten Irak. Wir wollen kein zweites Afghanistan. Wir wollen friedliche Lösungen in dieser Welt. Und ich erwarte von der UNO, dass sie ihr ganzes Gewicht und ihre ganze Weisheit, alle Überlegungen zusammennimmt, um friedliche Lösungen sich zu überlegen, zu auszudenken und dann auch durchzusetzen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ökonomischen, politischen Druck auszuüben. Auf dieser Basis kann man etwas erreichen, wenn man es denn will. Und wir müssen uns doch immer die Frage stellen, warum wird in bestimmten Ländern sehr, sehr schnell zu Kriegseinsätzen gegriffen und in anderen Ländern nicht. Der Satz, den wir damals 1991 alle gemeinsam hier in Berlin und anderswo gesagt und gerufen haben, kein Krieg für Öl, dieser Satz muss auch jetzt gelten. Und das ist unsere Aufgabe, uns dafür einzusetzen und nach friedlichen Lösungen gemeinsam zu suchen. Wir haben aber auch gelernt in den langen Jahren des Krieges in Afghanistan, wer sich gegen den Krieg zur Wehr setzt, braucht einen langen Atem. Ich danke Ihnen allen und euch allen, dass ihr heute gekommen seid. Aber es wird noch viele, viele nötige Treffpunkte, Mahnwachen, Demonstrationen und Aktionen geben. Wir brauchen einen langen Atem, um uns diesen Kriegspropaganda, diesen Kriegseinsätzen entgegenzustellen. Und ich bitte Sie alle, haben Sie mit uns gemeinsam diesen langen Atem. Ich bitte Sie alle, haben Sie alle, auf die dr 29 Oregeinlegenheiten und daschrückst~~ Und ich bitte Sie alle, haben Sie mit uns 있는 Kriegsproppen, wären Sie mit uns zwei Meter Schreien. Es wird für alle, wo possане dazu skylar aus quellaer Angegμα